Musik Patrouille, das Zielobjekt beschützen. Man muss sich auch Zeit zum Nachdenken nehmen. Es gibt eine neue Patrouillenzone. Oh Junge, warum hockt ihr da und kämpft uns? Es gibt eine leere Patrouillenzone. Die Patrouillenzone muss verteidigt werden. Die Patrouillenzone ist frei. Wir liegen in Führung. Die Patrouillenzone muss verteidigt werden. Hab ich. Oh, hinter dir. Hinter dir. Zwei, drei. Zwei hab ich gekriegt. Der Feind hat die Patrouillenzone. Wo bin ich hier? Wie bin ich sein? Die Patrouillenzone gesichert. Ja, wenn man hinten kommt doch. Ja, wenn man erstmal wieder da hinkommt. Das ist das Problem da dran. Boah, da sitzen da hinten in der Ecken rum, ey. Hm. Jetzt ist schon wieder hinter mir einer. Den hörst du nicht. Du hörst die Leute nicht. Der Feind hat die Patrouillenzone. Die Patrouillenzone ist unter. Geil war das, ich konnte gerade das Projektil von dem Werfer auf mich zuschieben sehen. Das war der Hammer. Patrouillenzone gesichert. Kontakt in der Patrouillenzone. Alter, Lachs. Wieso das denn, ey? Ja, der kam von der Seite. Wir sind angeschlagen, aber nicht raus. Mager. Geh mir doch nicht auf den Sack hier, ey. Immer diese Wecksnackerei. Okay. Das ist auch kein Stich. Moment, ey. Schwierig. Oh, Lachs. Kontakt in der Patrouillenzone. Der Feind hat die Patrouillenzone. So. So, bloß im Jenseits gibt's die. Achtung, feindliche Gleitbombe im Anflug. Patrouillenzone gesichert. Kontakt in der Patrouillenzone. Der Feind hat die Patrouillenzone. Der Feind hat die Patrouillenzone. Bestand! Achtung, Klamaten! Feindliche Vorräte nähern sich. Die Patrouillenzone ist unter. Feindliche Vorräte nähern sich. Feindliche Vorräte nähern sich. oh my god ich werde das zum kotzen dass die leute nicht was der feind hat die patrouillenzone feindlicher goliath unterwegs was ist das denn so ein sprengding kampfhunde angefordert sind unterwegs mann ich bin so doof Sie sind in der Kürung, dranbleiben! Die Patrouillenzone ist frei. Ich wusste, dass ihr es könnt. Ich wusste, dass ihr es könnt.